Herzlich willkommen zum ersten E-Mobility-Update der neuen Woche. Heute ist Montag, der 11. Oktober und mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität legen wir los. Tesla verlegt Firmensitz nach Austin und zeigt Grünheide. Volvo startet Produktion des C40 Recharge, VW zieht Zwischenbilanz zum ID.3, Allegro baut Schnelllader an Hotels und Top-Elektroautos im September. Tesla wird seinen Firmensitz von Palo Alto im Silicon Valley nach Austin in Texas verlegen. Das gab Elon Musk bei der Hauptversammlung von Tesla bekannt. Der Umzug der Firmenzentrale nach Texas hat bekanntlich eine Vorgeschichte. Bereits 2020 hatte Elon Musk als Reaktion auf die behördliche Schließung des Werks in Kalifornien im Zuge der Pandemie damit gedroht, den Hauptsitz zu verlegen und auch die Zukunft des Werks in Firmont infrage gestellt. Das steht jetzt aber nicht mehr im Raum. Gemäß der Ankündigung wird sich Tesla nicht komplett aus Kalifornien zurückziehen. Das Werk in Firmont bleibt und soll sogar weiter ausgebaut werden, ebenso wie die Gigafactory in Nevada. An beiden Standorten soll die Produktion um 50 Prozent gesteigert werden, wie Musk erklärte. Statt des Ärgers über die Behörden ist laut Tesla nun die Skalierung des Hauptsitzes der Grund für den Umzug. Wegen der extrem hohen Immobilienpreise sei es für Tesla schwierig geworden, in der Bay Area in Kalifornien weiter zu skalieren und neue Mitarbeiter zu finden. Es sei schwer für die Leute, sich Häuser zu leisten und viele Mitarbeiter müssten weite Wege in Kauf nehmen. In Texas sind aber nicht nur die Lebenshaltungskosten für die Beschäftigten geringer. Laut Experten könnte auch die Steuerlast von Tesla etwas sinken. Am Wochenende hat das Unternehmen unterdessen die Tore seiner fast fertigen deutschen Fabrik östlich von Berlin geöffnet, mit Rummelfeeling und Werksführung. Elon Musk schaute sogar persönlich in Grünheide vorbei und verkündete auf Deutsch nicht nur den baldigen Produktionsstart, vielleicht im November oder Dezember, sondern auch ein eigenes Firmenbier namens Gigabier. Knapp 9.000 Gäste, vor allem aus benachbarten Orten, nutzten die Gelegenheit und tanzten am Abend zu Elektrobeats. Der Protest gegen die Fabrik fiel klein aus. Volvo hat die Produktion des C40 Recharge in seinem Werk im belgischen Gent aufgenommen. Es ist das erste Volvo-Modell, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird. In Gent wird auch der XC40 Recharge gebaut, dabei handelt es sich um die vollelektrische Version des kompakten SUV-Modells von Volvo. Der im März 2021 vorgestellte C40 Recharge wird von Volvo als eigenständiges Modell vermarktet, ist aber de facto das SUV-Coupé zum XC40 Recharge, wenn auch mit kleinen optischen Änderungen, die über das flachere Heck hinausgehen. Während Volvo den XC40 Recharge inzwischen auch in einer Frontantriebsversion anbietet, gibt es den C40 Recharge zum Marktstart nur mit dem bekannten Allradantrieb. Je ein 150 kW starker Elektromotor an der Vorder- und Hinterachse bringen den C40 auf eine Systemleistung von 300 kW. Der Strom wird in einer 78 kWh großen Batterie gespeichert. Die Normreichweite soll bei rund 440 km liegen. Das belgische Werk gehört zu den größten Volvo-Standorten. Neben dem rein elektrischen C40 Recharge werden dort die ebenfalls auf der CMA-Plattform basierenden Modelle des XC40 als Stromer, Plug-in-Hybrid und Verbrenner gebaut. Aber auch der auf der größeren SPA-Plattform basierende Kombi V60 kommt aus Belgien. Da Volvo bis zum Jahr 2030 eine reine Elektromarke werden will, wird auch die Produktion angepasst. Mit dem C40 Recharge steigert Volvo die Produktionskapazität für Elektrofahrzeuge in Gent auf 135.000 Einheiten pro Jahr. Schon für 2022 will der Hersteller mehr als die Hälfte aller am Standort produzierten Fahrzeuge mit einem vollelektrischen Antrieb ausrüsten. In Gent haben die Schweden dazu auch eine Batteriemontage errichtet, um zugekaufte Module zu einbaufertigen Packs zu verarbeiten. Volkswagen hat gut ein Jahr nach Einführung des ID.3 eine erste Zwischenbilanz zur Marktakzeptanz des Stromers gezogen. Demnach haben die Wolfsburger für ihr erstes MEB-Fahrzeug seit Markteinführung bis Ende September mehr als 144.000 Bestellungen verzeichnet. Volkswagen hebt hervor, dass der ID.3 im August in vielen Märkten das begehrteste Elektroauto gewesen sei. So etwa in Deutschland, Großbritannien, Irland, Österreich und der Schweiz. Auch in Westeuropa insgesamt habe der ID.3 im August auf Platz 1 der Neuzulassungen gelegen. Laut einer Studie des Unternehmens fuhr die Hälfte der ID.3-Käufer zuvor keinen VW. Im Durchschnitt soll die Quote der Neukunden bei anderen Volkswagen-Modellen in etwa bei 36 Prozent liegen. Die hohe Nachfrage nach dem ID.3 und anderen MEB-Modellen hat Volkswagen im ersten Halbjahr 2021 zum Marktführer für batterieelektrische Autos in Europa gemacht. 26 Prozent aller auf dem Kontinent zugelassenen batterieelektrischen Autos kamen aus dem VW-Konzern. Um die große Nachfrage zu decken, laufen in Zwickau und Dresden täglich insgesamt rund 1.200 Exemplare des ID.3 vom Band. Zwickau produziert auf beiden Linien im Dreischichtbetrieb. Zudem startete im chinesischen Anting die Produktion für den lokalen Markt. Das Auto wird bekanntlich noch im Herbst diesen Jahres in China eingeführt. Ein Launch in Nordamerika ist dagegen weiterhin nicht vorgesehen. Dort sollen die ID-SUVs den Markt bedienen. Allego hat seine Partnerschaft mit der Hotelkette Vandervalk erweitert und wird ab Ende dieses Jahres an über 50 Hotels in Belgien und den Niederlanden 120 neue Schnelllader errichten. Dabei soll es sich vorrangig um DC-Ladepunkte in unterschiedlichen Leistungsklassen handeln. Das Hauptaugenmerk wird Allego dabei auf die Installation von mindestens 60 HPC-Ladern mit 150 kW bis 300 kW Leistung legen. Zudem werden 60 DC-Lader mit 50 kW installiert. Mit den Schnellladern wollen Allego und Vandervalk durch Reisende und Tagungsgäste gleichermaßen erreichen. Für Übernachtungsgäste oder Kunden, die einen längeren Aufenthalt planen, sind in dem Projekt auch 100 AC-Ladepunkte mit 11 kW enthalten. Bei 50 Hotels sind das zwei AC-Ladepunkte je Anlage. Die Vandervalk-Hotels liegen meist zentral an wichtigen Straßen oder in der Nähe von Autobahnen. Damit will Allego nach eigenen Angaben die Verfügbarkeit von Ladestationen in Ballungsräumen und entlang von Reisekorridoren erhöhen. Allego betreibt bereits auf den Geländen verschiedener Vandervalk-Hotels solche Schnelllader. Die Installation der Ladepunkte aus der nun vereinbarten Auswertung der Kooperation soll im vierten Quartal beginnen. Innerhalb von zwei Jahren sollen alle Standorte in Betrieb genommen werden. Auch Tesla und Fastnet betreiben an Vandervalk-Hotels Ladestationen. Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Modelldaten des Kraftfahrtbundesamtes. Beachtliche 6.828 Model 3 wurden im September in Deutschland neu zugelassen. Damit war die Limousine von Tesla im vergangenen Monat das beliebteste Elektroauto. Und damit hat Tesla zum Quartalsende erneut einen Meilenstein gesetzt. Auf Rang 2 kam der Volkswagen ID.3 mit 2.694 Neuzulassungen. An dritter Stelle landete der Skoda Enyaq iV mit 2.027 Exemplaren. Die Plätze 4 und 5 gingen mit etwas Abstand an den Smart EQ 42 sowie den Renault Zoe. Blicken wir noch kurz auf das Tesla Model Y. Das lang erwartete Modell der Kalifornier kam im vergangenen Monat bereits auf insgesamt 1.073 Neuzulassungen. Neu in der KBA-Liste ist der Mercedes-Benz EQB mit 25 Neuzulassungen und der Kia eV6 mit 13 Neuzulassungen. Blicken wir noch kurz auf das Gesamtjahr. Was die Neuzulassungen von Januar bis September dieses Jahres betrifft, so wurde der VW i-Up an der Tabellenspitze vom Tesla Model 3 abgelöst. Das Model 3 kam in diesem Jahr bereits auf fast 24.000 Neuzulassungen, etwa 2.000 mehr als vom kleinen Stromer aus Wolfsburg ausgeliefert wurden. Der VW ID.3 landet von Januar bis September gesehen mit rund 21.500 Neuzulassungen auf Rang 3. Die gute Zwischenbilanz von VW wird vom Tesla-Erfolg in Deutschland also etwas getriebt. Das war unser erstes E-Mobility-Update in der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in Selvige und melden uns morgen mit den News und Highlights der Elektromobilität zurück. Tschüss! 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 Tschüss!